Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Sponsor, der Haub des Teufelsschlosses, Fettelzs, ist aufer. Sponsor, der Heub des Teufelsschlosses, ist aufer. Das war's für heute. Das war's für mich. Achtung! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.